ja wir schreiben jetzt schon den 7 dezember und heute am 7 dezember haben wir eine neue folge sag ich mal wo wir ein türchen öffnen wird sagen wir öffnen es in 321 master das auf mein plex so da wenn wir jetzt auch schon in der master ist und damit dabei ist auch der david hallöchen ja ich habe ihn jetzt gerade mal überredet und spiel startet jetzt so was sollen wir bauen ich bin gespannt ja vielleicht hat man das keine ahnung ist es kann man jetzt einerseits so verstehen und andere seite so irgendwie und ich habe die besseren baut gibt es einen untergrund mit 1 oder so weiß ich nicht change bei uns passiert irgendwie gar nichts zeit rennt change ground hier habe ich das müssen anders vorgestellt funktioniert nicht da machen wir das so dann müssen wir auf die manuelle art und weise jetzt ganz viel eis setzen ja gut mal sehen ich habe ewig kein maß aber erst mal gespielt wahrscheinlich weil ich immer verliere keine ahnung obwohl die quatschen das letzte mal wo ich master das hochklang habe ich so gewonnen glaube ich fällt mir gerade ein ich glaube da weiß ja so dieser krasse titel so ich habe master das gewonnen fällt mir so ein ich glaube ich gerade den größten bullshit der wir je gesehen haben weiß ich nicht genau aber naja fast schon so machen wir hier noch ein eisberg hier noch ein eisberg hier machst du ganz viel ich mache einen riesigen ernsthaft agent dragon ernsthaft agent dragon so ein sack ey ich bin hier der agent ich bin hier der agent so lassen wir mal gucken haben wir hier noch ein eisberg hin hier machst du ganz viel ich mache einen riesigen naja ich mache ich mache mir so eine landschaft irgendwie so eine pol landschaft da ist ja auch kein riesiger eisberg sondern viele kleinere und dann mehr so ein ozean oder so verstehst du was ich meine ich war da zwar noch nie aber ich habe mir vor da mal hinzufahren sind da nicht so fichten aber nicht am pol am pol findest du nur wasser und eis das zu kalt dass sowas nehmen kann auch keine was auch keine bäume nie das ist nur in der landschaft davor du hast dich damit bestimmt noch nicht einmal auseinandergesetzt kann das sein das ist traurig ja wollte ich gerade sagen das ist einfach traurig genau ganz viel wasser 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 cool so machen wir jetzt kurz ein bisschen hier mal gucken so wie für haben wir jetzt überall das wasser 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 ganz viel wasser hier ist so viel wasser also die sekunden anzahl ist sehr genau Ach ne, warte mal Was machen wir? Also ich bin eigentlich relativ zufrieden Hier mit was ich heute baue Und ich hoffe, die wollten da jetzt nicht irgendwie so ein Ess-Eis haben Da habe ich total gefehlt Das wäre ja Ice-Cream Ja, achso, das stimmt ja Stimmt ja, die wollen es ja mal besonders haben So, ich würde sagen Ich bin bereit zur Abgabe Ich habe also Eisberg und einen Schneemann gebaut Ein Schneemann, wieso ein Schneemann? Äh Na gut, nee It's okay It's okay Hä? Schau mal, ist das ein Roboter hier unten? Guck mal, hier kann man den so steuern Nee, das ist halt ein Eis-Roboter Ernsthaft? Ist das dein Scheiß-Ernst? Äh My eyes are bleeding My eyes are fucking bleeding, ey Es ist ein Attack-Track Ist nicht mal explodiert? Fuck, ja, keine Ahnung Wie man hier hört Der hat sowas ähnliches wie ich Nur schlechter Äh Mäh My eyes are bleeding Das sind neue Geräusche irgendwie Ey, wenn hier so viel Scheiße kommt, dann ist es ja meins Oh, das ist, da gebe ich mal ein Gut Das ist nicht meins Ach, das ist deins? Das ist meins, ja Ja gut, das geht hier Also Ich hab gerade gesagt Mäh, my eyes are bleeding Ja, wollte ich gerade sagen Gut, dass du es gesagt hast Guck mal, hier ist ein Hier in der Hütte ist ein Kopf Zombie-Kopf Ernsthaft? Das ist so Das ist nicht meins Ja gut Mäh My eyes are bleeding, Mann, das geht auch Ja, hier ist ein bisschen Eis Hier ist ein bisschen Eis Aber das geht auch ein paar Sekunden Ist das deiner hier, oder wie? Hm, ja Okay Ah, die Rollalschaft oben rum ist ein bisschen scheiße It's okay Gut It's okay Ey, halt zum Arbeiten Meins war besser, come on Nee, Mann Doch Jetzt um den Winterbalkon Na gut Mäh Jetzt kommen immer so komische Katzengeräusche irgendwie Ja, ja Du machst aber das gewonnen Ja Sorry What the fuck Sorry für die Übersteuerung Scheiße, du bist weiter Haha What the fuck Sorry für die Eskalation gerade Holy Shit Ich glaube, alle um mich drum herum Hände so gedacht haben Was geht hier ab Was ist mit dem los Ja gut Alles klar, kann man machen Ich glaube, eine Runde spielen wir noch Bei sieben Minuten in der Folge Scheiße Hey, machst du gerade einen Cut Nö, ich mache keinen Cut Oder mache ich einen Cut? Achso Ich habe gerade gesagt, dass So eine Runde spielen wir noch Oh, na wieso Kann ich auch in einer Folge sagen, oder? Der Hund Der Hund rastet hier aus, Mann Oh Die hat's Maul Der bildet die ganze Zeit an Ja, richtig so Sollte es niemand verärgern hier Arrrr Warte mal, was haben wir hier Titles Irgendwas Halt die Fresse jetzt Halt die Fresse jetzt Was? Wow Wow Au Oh, Melonen 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 Ich kann keine Melonen abnehmen Melone, hallo Hallo Melone Das Game startet in 56 Sekunden Was haben wir noch für Gadgets? Ich glaube, ich habe gar keine, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe Ich habe Ich habe Ich habe Enderpellen Boah, ich kann mich tp'n Hui Das ist logisch, mit Enderpellen kannst du dich tp'n, auch schon gemerkt Hui So Oh, jetzt ist einer geläftet und die Rolle ist schon wieder Oh, fängt wohl an Boom Boom Jetzt kommt er wieder und es dauert wieder 60 Sekunden Boom Boom Millonen und geile Ja, guuuuut Was kommt? Hier Lille Mose Ernsthaft Attacken Are you kidding me, ey? So, pass auf, diese Runde werde ich jetzt sowas von verkacken, ey Weil jetzt irgendwas kommt, was ich überhaupt nicht kann Ich Ich kenne das, ich kenne mich da auswendig Das ist so logisch Okay, mal sehen, was ich kriege Bitte, 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 bitte Bitte, bitte, bitte Ein Pumpkin Pie Oh Gott Ja gut, das geht aber Es geht, wenn man sich nicht doof anstellt Wieso habe ich russische Tastatur an? WTF WTF Watt ist dat denn? Okay, pass mal auf, den kriegen wir hin Äh Bisschen hier, ein bisschen da Noch ein Tisch, eventuell Ich sag einfach mal jetzt gar nichts mehr Weil ein gewisser Mensch hier ist, der noch zuhört Watt mal hier noch ein bisschen Du Wer hat jetzt noch auf Skype geschrieben Äh Keine Ahnung, guck ich nach der Aufnahme Ich hab, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, was ich gerade gesagt hab Ist ja schlimmer als meine Mutter, ey Oh Gott Die sagt auch bei jedem dritten Mal hier, watt Ich hab nur so, was, warum, wieso Und mir fällt gerade auf, ich hab ein Resource-Pack drinnen Welches? Ja, das von diesem City-Projekt Das von diesem City-Projekt, ich finde es irgendwie zu voll, das gerade rauszumachen Keine Ahnung City-Projekt? Du weißt nicht, wovon ich rede? Dann rede ich einfach nicht weiter, weil es mir zu doof ist Naja, sieht scheiße aus, was ich gerade mache Also, ich bin jetzt diesmal nicht so Lieb dran hier Okay Ich baue hier gerade einen Tisch Erstmal Und daran halte ich mich jetzt gerade schon wieder auf, weißt du? Ja gut Okay, mach mal hier noch ein bisschen So, genau So So Jetzt haben wir einen Ein etwas hässlichen Tisch Ja gut Soll ja nicht das Ding sein, worum es hier geht Wie sieht ein Pumpkin Pie nochmal aus? Also so ein bisschen Ähm So, nochmal so noch ein bisschen Machen wir einen großen Nee, sie zog Ey, also ich gewinne diese Runde safe nicht Das sage ich gleich Da hat mir Eis besser gefallen Irgendwie Ich glaube ich baue das Ding nochmal eine Runde größer So Machen wir hier noch einmal Und da nochmal Und da nochmal einmal Und so noch Und so Und machen wir So noch Und so und so Und so und so und so Und so Und jetzt haben wir einen noch hässlichen Pumpkin Pie Ich krieg den irgendwie nicht geschissen Ja Also ich habe das hässlichste hier Ich baue noch einen Stuhl da hin Nee, tue ich nicht Ich meine, wir werden es nicht noch hässlicher machen Ich mache einen Holzboden Hä Ach, das ist Change Biome Change Ground Ich habe verkackt Auf jeden Fall Irgendwie Das ist ein scheiß Thema Schon wieder Womit ich nicht Zurecht komme Ich kann nicht Ich kann nicht Mein Plot lieben So So Build Time is over Ich habe verkackt Alter Verkackt Alter Der sieht ja noch schlechter aus Als meiner Aber ich gebe mehr Weil meiner auch Auch nicht so Krass ist Ich bin mal nett Na, meiner sieht noch hässlicher aus Hm, der ist It's okay So Ich glaube da Ich glaube da kommt meiner Schon nicht mehr so richtig ran Ist der eine Pfanne Steinkuchen Ja, so ungefähr Der hat doch kein Kürbis Der Kürbis ist schon Hier, meh Und der hat ein Gesicht Ich gebe mal Eisableading Weil es war kein Kürbis gefragt Es war halt ein Kürbiskuchen gefragt Ich glaube der hat ein Gesicht Na gut, meh Na gut, ok Ey, mon, ich gewinne hier Hilfe, Hilfe Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? The fuck Ich bin drinnen Das ist eine Ja Ja, it's okay Oh, ok, doch Aber Ja, wie gesagt Ist das Käse Kürbiskuchen? Ich habe keine Ahnung Ich habe einfach die Meingriffe-Tags Nur versucht nachzumachen Sandkuchen Ich habe den aber auch mit Sand gebaut Echt? Ist es deiner hier oder wie? Nee, das ist niemand Lady Corvette Lady Corvette ist fast wie David Irgendwie Das ist nicht meiner Ist ja auch kein Sand drin Ich gebe hier alles Mails gerade Weil ich damit faul bin Mir was zu überlegen Und hier hat er geklickert Darum meh Das ist meiner Deiner Everything is awesome Oder MyRestabling Kannst dich aussuchen Boah, ne Amazing It's okay Du hast mir auch nur It's okay hingegeben Einfach mal das Rote nehmen Du darfst MyRestabling nehmen, wenn du willst Hab ich auch Ich nehme ganz halt MyRestabling Reant Croft Reant Croft Wie kann man sich nur Okay, du hast auch einen Sieg Ich bin ganz schön weit hinten diesmal Aber ich habe gesagt, ihr verkackt es Aber ich bin nicht letzter Das ist auch mal was, oder? Oh mein, ich bin die IHT Ich auch So, ich würde sagen Das war's für die Folge Wir sind bei 17 Minuten jetzt Noch eine Runde machen wir nicht Ich würde sagen Wir sehen uns morgen Bei einem neuen Adventskalender Video Bis zum nächsten Mal Tschüssi Wir warten auf ein Tschüss Immer noch Ich sage doch die ganze Zeit Ciao Nein, sagst du nicht Weil mir kommt das nicht an Ciao Tschüssi Ich bin wahnsinnig Ich bin